So, herzlich willkommen zu einer neuen The Forest Folge. So, herzlich willkommen zu einer neuen The Forest Folge und... Verarschst du mich grad? Verarschst du mich grad? So, wir haben uns dafür entschieden, nach oben zu gehen. Also, wir haben uns dafür entschieden, nach oben zu gehen. Also, zumindest... Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Mit nach oben gehen haben wir natürlich nicht gemeint, an die Oberfläche zu gehen, sondern wir haben geplant, bei der Höhe nach oben zu gehen. Und ich rede jetzt einfach ganz weiter, dass der Satz so lange wird, dass er sich nicht merkt, was ich gesagt habe, dass er mich nicht nachmachen kann. Oh, und hier geht's raus. Echt? Gut, dann hat sie's, glaube ich, erledigt. Aber da kann man markieren. Dann kannst du's doch schnell markieren. Oh, hier ist ein FIG. Wir sind doch extrem lange runtergekehrt am Seil. Oder? Ah, geil. Stopp, 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 stopp. Oh, hier sind wir. Oh, ich hör nichts. Was sagst du? Was war da? Ja, das war irgendwie nicht laut. Der Wind ist so laut. Gut, ich geh wieder rein. Ich glaube, das war doch die allererste... Wow, es war doch gut. Ich überlege gerade, echt eine Fackel zu benutzen, ne? Ja. Hey, wie ist das... Hey, die ganzen Kisten sind wieder zu. Geil. Weil wir einmal raus und einmal reingeschaut haben. Oh, der ganze Stoff. Fuck. Oh, mein Gott, der ganze Stoff ist wieder da. Lol, ist die Uhr dann auch wieder da? Lol. Oh, da kann man wieder richtig fett Brüste machen, wenn die ganze Zeit sind. Bitte ist die Uhr wieder da. Ja, die Uhr ist wieder da. Lol. Alles klar. Da ist noch eine Uhr. Hä, da ist noch eine Uhr. Hä, da ist noch eine Uhr. Hey, waren die vorhin auch so viele Uhren da? Wie, Uhr? Ja, bei jeder Leiche, die da oben hängt, ist eine Uhr. Da, da. Gib mir eine fucking Uhr. Oh, ja. Hä, das liegt auch wieder da? Hä, das haben wir doch schon. Okay. Scheiße, ich habe einen Bug. Scheiße. Na ja. Oh, gut. Ist wieder... Ist wieder okay. Ähm. Dann gleich mal Inventar und nochmal eine Bombe bauen, oder? Hier. Alle vier Armbandunen? Jawohl. Ach, scheiße. Ich habe nur einen Isolierbaden dann. Ich kann dir einen Isolierbaden geben, wenn es ist. Kann man eigentlich noch auch andere Bomben bauen? Ja, es ging doch, glaube ich, irgendwas mit Verzögerung und mit Kleber und sowas. Lol, es gibt... Es gibt eine Kopfbombe. Was? Kopfbombe. Ja, lol. Was ist das? Es ist... Ne. Da brauchst du einen Kopf, aber ich glaube, einen richtigen Kopf. Ich habe einen Kopf. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das will ich jetzt ausprobieren, oder? Kopf? Was ist das? Alkohol? Ne. Ja, mit einer Bombe und einem Kopf. Ach so. Wo sind die Leichen? Kopfbombe. Was zum Teufel. Wo sind die zwei Leichen, die wir gekillt haben? Die lagen hier oben. Hier, die ist verschwunden. Ah, okay. Wir waren doch gerade eben noch da. Ja, wenn du eine Kopf... Zeig mal, nimm es mal in Hand und zeig mal. Aber bitte nicht werfen. Toll. Alter. Lol. Alles klar. Okay, jetzt gehen wir mal weiter. Dann können wir unten lang gehen, oder? Ich habe gerade irgendeine... Ah, genau. Kann man das hier noch? Stoff, Stoff, Stoff. Warum hast du noch? Ehrlich? Noch mal? Ach so, das habe ich schon aufgehobene Stoff. Ah, da ist noch Koffer. Goal. Goal. Oh, noch mal einer. Kann ich auch wie ein Platin? Wieder mitnehmen, war ich gerade. Oh ja, wir sind jetzt nur... Stoff, 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 Stoff. Wir sind gerade nur am Farmen, ne? Oh, da ist noch ein Stoff überall, Alter. Geil. Wir haben unser Stoffproblem gelöst. Ja, aus dem Grund, also wie viel Stoff habe ich denn jetzt? Oh, nice. Oh, 47. Aber ich habe jetzt zweimal kaputtes Spielzeug. Ist auch. Ich habe einen link und rechter Fuß. Ich habe jetzt noch mal rausgegeben, nochmal reingehen, haben wir dann einen Körper oder ein anderes Teil? Ich hab schon wieder das komische Geräusch. Was für komische Geräusche. Ach, das komische Geräusch. Oh, wir schlafen alle. Äh, gut. Klacks. Klacks. Oh, das sind viele. Äh, schließt du unter mir? Ja, ich geh grad immer weiter zurück. Ja. Das ist immer so gefährlich in der Dunkelheit. Ja, ich hab ne Idee. Beschütze ich mal kurz. Ähm, scheiße, ich hab mein Alkohol mehr. Oh, Molotov oder was möchtest du machen? Nee, Molotov nicht, aber... Ja, das hält schon. Ah, okay. Lass mich mal vor. Ah ja, das ist... Ich bin trying to get. Das Feuer sieht immer geil aus. Die haben hier ja immer gebrannt. Ja. Wenn sie dich angestiegen haben schon, oder? Ja. Das haben sie anscheinend gefixt. Jetzt haben sie gefixt. Ah, scheiße. Hey, die brennen ja nicht mehr so. Lol. Wenn ich sie anhütte damit. Alah, die haben jetzt schon wieder meine Kusten gebrannt. Was ist das? Was ist das? Ah, ist grad nicht zu viel hier. Oh! Die haben sich gegenseitig. Oh! Mein Fackel ist... Aus, aus, aus. Also, das haben sie anscheinend gebrannt. Äh, gefixt. Äh, gefixt. Mein Ausdauer ist auch richtig. Ich hab keine Räume mehr. Ich hab keine Räume mehr. Einer ist tot. Ich glaube. Ich hab keine... Läume. Warte, ich muss mal ganz kurz... Ja, dann verbrennen mal... Oh Gott, ich sehe gar nichts mehr. Ich muss Medizin machen. Komm her. Komm her. Komm her. Komm zu Papa. Ja, ich hab leider keine Ringelblume mehr. Ah, jetzt hat er auf. Oh, Stoff. Oh, wir haben hier ganz viel Stoffknochen. Oh, geil. Wir haben hier irgendwo Lagerfeuer, weil... Ich glaube, wir müssen jetzt mal eine Rüstung machen. Ja, aber wir haben jetzt ganz, ganz, ganz wenig... Äh, Knochen. Hä, wieso? Das reicht mir und nimmer für viel. Ja, ein bisschen, weil ich boah, weil die hat mir... So. Hol' mir die paar Leichen da. Warte, waren noch nicht drei, die wir gekillt haben? Oben liegt auch noch einer. Warum ist da ein Bein? Nein, bloßer. Oh, sorry. Das hab' ich von mir gelassen. Boah, ich hab' richtig viel Stoff. 81. Schon geil. Mocken. Ehm... Knochen hab' ich sechs. Nein, ich hab' nur noch keine sechs Knochen. Hab' ich sechs Knochen. Fünf scheiße. Da ist mein Knochen. Da ist mein Knochen. Oh. Macht nix. Du kriegst gleich welche von mir. Ein Knochen fehlt mir. Ein Knochen. Ähm... Ein Knochen. Warte, ich hab' mir mal das eine kleine Sprechstückchen noch drauf. Hohle, das macht dann wieder durstig. Bitteschön. Dann bitte. Warum verdorben Fleisch? Das ist verdorben. Achso. Achso, ich glaub's ja auch verdorben ist. Ja, ich hab' auch drei verdorbene. Scheiße. Die drei Vögel, die ich extra mitgenommen hab'. Ja, die verderben. Viel Spaß. Was gibt's hier so? Ein paar leckere Arme. Oh, hier geht's weiter runter. Ja, aber das Ding ist, da geht's auch weiter. Oh, oh, ist das... Madison. Das ist schon mal geil. Oh, Madison. Madison. Oh, eigentlich nicht Madison. Was liegt hier? Ah, hier geht's. Alkohol. Also hier. Zweimal, dreimal Alkohol. Hier ist wieder ein Koffer. Hier ist wieder ein Outfit. Taschenlampe gesammelt. Was ne Taschenlampe? Geil. Taschenlampe ausrüsten. Yay. Ja, geil, Alter. Aber verbraucht Batterien, oder? Ja. Kann man kombinieren. Hä, lol. Kettensäge mit Licht. Steinschlosspistole mit Licht. Moderner Bogen mit Licht. Aufgeladet. Oh, das hört sich geil. Handgemacht... Handgemachter Bogen mit Licht. Lol. Man kann Waffen mit Taschenlampe kombinieren. Ist nett. Oh, geil. Ach gut, aber ich weiß nicht. Irgendwie... Der sieht viel ekelhafter aus, wenn du da auf dem Boden strahlst, ey. Ist das ekelhafter? Ja, hier das da. Mit dem Licht sieht das irgendwie ekelhafter aus. Oh, ja. Nicht so angenehm. So. Oh, Alter. Ich werde beinahe reingesprungen. Boah, war das jetzt knapp. Aber haben wir da sonst noch irgendwas vergessen? Ne, ne? Äh. Da kam gerade... Da kam ein Herzen... Herzen raus. Lol. Lol. Achso, lol. Ich hätte gedacht, da geht's weiter. Ne, weil nicht, aber da waren haufenweise Heraten... Aber... Dann gehen wir weiter, oder? Jo. Boah, hier ist doch noch Alkohol. Ah, ich hab Hunger. Jetzt. Weißt du, jetzt wo ich's... Dort mit Fleisch. Was für ne Scheiße, ohne Witz. Vielleicht Bären, oder sowas, weiß ich noch. Ich glaube, ich esse jetzt nen Snack bei... Jaaaa... Ne, ich geh runter, und wenn ich unten bin, esse ich nen Snack bei, dann hab ich eh keine Energie mehr. Ja. Ja. Du bist in mir. Ooooooh! Fuck, ihr Dach... Ich hab grad vergepackt. Ah, da geht's gleich weiter runter. Okay, dann gehen wir mal. Ciao! ich weiß gerade nicht ob ich mit meiner tasche kommen ja ich nehme auch wozu ist die sonst seine wenn wir gerade erhöhter sind so jetzt nehme ich mein energieregel ist wieder was zu nehmen es ist auch geil wie er da mit der tasche drauf leuchtet jawohl taucht zeug ihr wollt ja ja gleich ausrüsten Tja, haben wir hier sonst noch was zu besinnen, ne? Hier sind wir runter... Nö. Hier, dann bin ich gleich da... ... in die Gesundheit. Entschuldigung. Das kam jetzt unerwartet. Sollen wir hier gleich tauchen? Ja, natürlich. Eigentlich haben wir bis jetzt kein Abzeug verpasst, oder? Ne. Normal nicht. Boah, man sieht es trotzdem relativ schlecht an der Wurst. Aber es ist relativ stark. Das Blüte ist natürlich, dass wir jetzt frieren. Ach ja, scheiße, stimmt. Boah, ich bin wieder oben. Ja, wir müssen uns dann gleich mal nagger feuchten. Das denke ich ganz schön hart, dass du das so frierst, ne? Naja, aber stelle vor mir. Das Wasser in so ne Höhle, das muss arschkalt sein. Ja, gut, ich stimme da wieder. Oh, hier ist irgendwas. So dead. Oh, hier sind Babys. Ah! Oh, ich habe einen Rücken verloren. Was für ein Kack. Ach, scheiß Babys, ey. Hier ist ein Snack. Hast du die Babys tot? Kann ich kommen? Tuck Luft. Oh, trinken. Oh, geil. Ne, wollen wir jetzt weiter tauchen, oder? Wollen wir erst aufwärmen? Ja, aber ich will hier schon die ganze Zeit leben, oder? Du weißt, wie schnell mein Leben verliert, also. Ja. Braust du? Moment. Oh, ganz kurz. Ah, warte. Oh, ich will hier schon was. I'm at Madison, sehr schön. Das ist ein großes Feufeu. Ja. Und halt, mein Inventar ist so vollgepackt. Ja, meins auch. Ist aber geil. Mir taugt das voll. Warte, ich habe ja einen Topf dabei, dann kriege ich das aus. Kannst du das nicht mal rausnehmen? Das Wasser. Nee. Nee, nee, das hatte ich noch dabei. Los, wer fertig. So, also ich bin aufgewärmt. Mhm. Das ist halt die Frage, tauchen wir weiter, oder tauchen wir zu... Wir tauchen schon weiter, oder? Ja, natürlich. Weil bis jetzt haben wir keine Abzweigung hier in der Höhle verpasst. Nee. Nee. Eigentlich nicht, ne? Nee. Und weiter geht's. Eigentlich? Ja, so, hier müssen wir gerade noch gar nicht tauchen. Spock ein bisschen Luft. Boah, hier ist jetzt dunkel. Ich dachte schon, du bist jetzt nah am Abzweig. Aber hier kommen wir jetzt. Und wieder hoch, jawohl. Perfekt. Sind eh schon oben. Ach. Lol. Ja, was? Lol. Hast du das? Aha, okay. Ich hab doch gewusst, sie kommt mir bekannt vor. Ja, klar. Wir waren, haben wir bei der ersten Schaffel auch die Dinge gehabt, aber... Ja, stimmt. Das war einfach verknüpft da mit Tauchzeug und... Oh, der ist... Eigentlich kommen wir schon wieder viel zu weit in dem Spiel. Nee. Wir gehen ja nicht. Das ist ja, glaube ich, nur ein... Das ist ja noch nicht das Ding von... Das glaube ich nicht. Oder? Hier können wir was anschauen. Leer. 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 Drei alte Pistolen Munition gefunden. Okay. Oh, hier ist ganz viel Sote. Wo ist so, oder? Dann... Ach. Hm. Gut, dann trinke ich eins, oder? Und... Oh, hier ist Treibstoff. Hier sind ganz viele Flaschen. Ah, ich mach mal das Feuer an, weil ich eh wieder friere. Ja. Hier ist wieder was zu nehmen. Und hier ist ein Axt. Rostige Axt. Oh, ja, die war gut. Aber ich glaube, die rostige Axt, die war doch eigentlich nicht besser... Ich glaube, beim Holz fällen ja... Ja. Oh, hier ist doch... ... ... Alkohol, Alkohol... ... ... ... ich habe hier Alkohol gefunden, Max. Allahol, allahol. Ich sah ganz füße, ganz füße. Oh, ich habe irgendwas aufgenommen. Ich sehe doch irgendein Geräusch. Nein! Was? Ich habe auch das Lagerpfeil gehauen. Ich bin schon froh. Entschuldigung. Aber ich muss eh was essen. Ich muss meine Beeren essen. Eide, hier hast du so schnell Hunger. Das ist kein Wärts. Schade, ich kann die ganzen, äh, dort... Wieso kann man eigentlich... Na gut. Was kann man... Weil da steht ja eigentlich Sodakalorien 400... Das müsste eigentlich das Hundertgefühl ja auch bisschen sättigen, oder? Nja, ja doch eigentlich schon, ja. Wenn es so viel Kalorien hat... Ah, dann kann ich dir noch was anschauen. Ja, da habe ich, glaube ich, dreimal das gleiche angeschaut. Ne, zweimal das gleiche und einmal was anderes. Ja. Was bei mir zum Mist. Weil ich hasse, irgendwas liegen zu lassen, ey. Das ganze Soda. Nja. Ich will das nicht liegen lassen. Da habe ich überhaupt kein Duschen zu lassen, hm. Das letzte Futsal vom Frieren soll auch noch weggehen. Oder wir müssen die gleiche Zwerter tauchen. So, jetzt. Alter, es geht ganz schön tief runter. Warte geht's an. Ja, ich glaube, wie kommt da jetzt ein Synchro rein? Meinst du? Ehrlich? Ich glaube schon, da war doch so ein Teich, oder? Im Synchro? Na. Woll. Das ist richtig realistisch, ne? Was man so schlecht sieht. Naja, ja. Aber das ist halt ein Taucheranzug theoretisch nicht. Echt schwierig. Boah. Ich glaube, wir müssen nach oben jetzt, oder? Das Tolle ist das Aufsteigen. Da sehe ich gerade ein bisschen. LOL. Was läuft damit? Oh, kommen wir da vielleicht in der anderen Bühle wieder raus? Sind wir so schmal geworden? Hm. Also weitetauchen könnten wir da nicht, oder? Nee, ne? Und dann geht's hier jetzt nach oben, oder? Was? Wie tief geht's denn hier? Wie tief geht's denn hier? Das muss doch jetzt eigentlich warm werden, oder? Das ist so ein Zeilebuch. Ja. Das ist gut. Nee, man erfährt immer noch. Ah, was? Das ist ein Snack. Oh, hier ist gleich ein Lagerfeuer. Perfekt. Oh, das ist gut. Dann komm ich gleich hoch. Und hier ist noch was gemeinsam. Und hier sind zwei Snacks. Perfekt. Oh, die Snacks kann ich auch gebrauchen. Oh, doch. Die Snacks haben gerade richtig viel gebracht zum satt werden. Sehr gut. Bis jetzt sind wir echt immer gerade ausgegangen, glaube ich. Ja, also die Höhen haben wir bisher ganz gut abgescharmt. Da waren wir schon. Ähm. Wo waren die Snacks? Da auch gleich. Hm? Da auch gleich, oder? Da liegen bei dir hier keine Snacks. Nee. Gott, wie komisch. Och, Mann. Hallo. Hm. Was liest du da? Na, ich habe nur gerade so reingeschaut. Ach so, da geht es gleich wieder weiter. Mann, ich habe 104 Fäder. Oh, du shit. Du Mörder. Okay, jetzt mal ganz blöde Frage. Wollen wir hier in diesem Lagerfall jetzt die Folge beenden, oder wollen wir jetzt noch ein bisschen weitergehen? Äh. Äh. Ja. Dann wenden wir hier die Folge gleich. Ja. Weil wir gerade so einen guten... Der schon gut ist. Ist auch ein bisschen schade, ey. Wir sind jetzt fast... Äh. Äh. Vier Folgen in der Höhle hintereinander fast. Gefühlt. Aber, mei. Es ist halt The Forest. Es ist halt im Wald und Höhlen. Na, ich glaube. In der Höhle ist es ja für Zuschauer generell, glaube ich, spannend. Ich glaube, das ist, glaube ich, genug. Ja. Sehen wir dann. Gut. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao, ciao.